Wir sind A, A ist sauber. Ah, sind Decks. Der läuft jetzt oben raus. Ich hab das gesehen. Leute, ich bin bei A, wir könnten bei A planten. Ja, komm. Was machen? Persönliches Radar, Jungs. Oh, wow. Oh, der ist so. Nee, du. Du bist so ein Ehrenmann, Alter. Das ist schon so geil aus. Jo, Marvin hat Helikopter. Das ist ein persönliches Radar. Guck bei mir, Marvin, guck. Da ist nicht zu keinem Tod hier. Ich schwör's dir. Wenn du da mit einen umbringst in der Runde, dann hol ich dir ein neues Mikro. Ja? Ja. Okay. Aber wenn nicht, dann musst du Marvin unterbrechen. Ja, du musst. Ja, Junge, dann ist ja keine Wette. Dann kannst ja nur du gewinnen. Und im Graben. Scheiße, der ist richtig lit. Ja, der kriegt Marvin. Ja, ich hab aber... Ja, ich hab aber... Verbündete, komm. Wieder von hinten. Der ist von hinten gekommen. Der kommt von hinten, Jungs. Marvin, hinter dir. Ja, chill. Die anderen sind noch da. Kiebel, tötet den. Misse, Misse. Da bin ich. Ab den. Im Haus. Im Snipe-Haus. Chill. Warte, ich kann Dings machen. So. Und so. Hört er mich nicht. Wo geht's hier hoch? Wo sind hier die Treppen? Der war am linken Fenster. Am linken Fenster, Marvin. Wow, Kiebel, das war... Boah. Was ist das? Hä? Was willst du? Du allein bist doch. Hahahaha. Wie geil war das denn? Und dann noch dabei. Was willst du? Oh, Scheiße. Spiel auf Zeit. Spiel auf Zeit. Was für Zeit, Junge! Ja, ich habe ein neues Mikro, ne? Ja, aber wie ist der Kaflö? Junge, hab ich den fertig gemacht, dann weiter. Hallo! Ja, hi, wie geht's? Neues Mikro. Wo sind's? Boah! Drei Kills hab ich gemacht! Boah! Drei Kills hab ich gemacht! Boah! Oh, wieso hast du die nicht gemessen? Ja, egal! Hinter dem Tresen locker. Okay, in der Ecke, links! In der Ecke! In der Ecke, wo immer einer sitzt! Okay, jetzt... Oh mein Gott, was war's grad? Bleib beim Leben! Bleib beim Leben! Bleib beim Leben! Bleib beim... Warum? Weil du noch einen Kill bis zur Vitor gebraucht hättest. Die hättest du nicht zur Runde geholt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du hast mir das nicht! Wir gehen von links. Louis. Links draußen. Recht auch. Rechts draußen. Muss ich beeilen wegen dem Timer. Sauber. Hey! Clemo! Siehst du die M4? Wie heftig die ist? Feindliche Bombe! Ich bin der Beste, Junge! Guck mal wie dumm er aussieht! Alter! Der Undertaker! Wie... 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 Muss ich hier äh äh... Da auf Sidious oder wie er... Weiß... Do it! Ah der geht direkt ins Haus! Haha direkt weggeschlaupt. Oh mein Gott, ich bin tot! Oh der ist hinter der Tür! Nui, hier ist da der Töderer Nui Lappen What the... Er käme... Hier Bacca! Boah, war das ne heftige ein Bacca! Er kommt bei Pink Ich glaube unter dir Wollt ihr mehr? Dann holt es euch! Marvin ey Dom und ich sind B, bleib... Wenn ihr bei A chillt Dom, da unten drin, wo ich hinballer Hast du? Junge Mox Ich hörte noch einen Junge Der hat nen Ziel da reinmachen Hab ich nicht mehr Ich seh nix Ich seh nix Ich seh nix Unten oder oben? Das... Das... Boah, du bist der richtige Der hat nen weirdsten, der Ich bin 1VV toll, ich will echt nicht sterben jetzt 30 Sekunden Ja dann lass Die Zeit ist um Bewegung Kommst zu mir, kommst zu mir, kommst zu mir Komm, 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 komm Hier, Kibert, nehm die Bombe Renn, 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 nehm die Bombe, nehm die Bombe Oben, links Oben, links mal bitte Hab's Du w****n Du w****n Ja, fürs Team, Mann fürs Team Junge, fürs Team Ich hab's nicht mehr Egal, ich hab nen Wilson und ne VTOL Lass einen vorfahren, da kann er nen wegräumen Noch'n Marschallukörper, cool Noch'n Marschallukörper, cool Ich hab richtig Einer bei B Ich seh nur einen bei B Lass mich noch blenden, bitte Lass mich noch in die Bombe, achtet auf Feinde Lass Marvin vorfahren, da kann er nen Wegräumen, da Bleibt hier stehen, es ist Marvel-Fund. Ich übertrage euch die Wild-In-Controller. Ich hätte Louis fast mitgenommen. Womit im Haus ist einer, ich fahre da rein. Rennst du? Ja. Nice, ich kann covern. Yo, Marvel, was bist du denn da? So, jetzt. Ah, Hilfe! Die Runde geht an uns. Zwar nichts gemacht mit dem Ding, aber wenigstens verteidigt. Doch, ja. Ich hab die Runde vier Leute gekippt. Dann mach ich das auf B und wir gehen alle zu A vielleicht. Nee, der gehen zwei, äh, zwei gehen A hoch. Da ist noch einer hinten durch. Der kommt close, hast du den? Baba. Ich setz die über B. Ich bin 3-1 auf Station. Verbünde das Schildgeschütz eingesetzt. He's prone in the bar. Wo ist denn die bar? Was zu? Äh. Oh, 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 oh. Mission erfolgreich. Zurück zur Basis. 13-2 kann man mal machen. Ich plan's ja, Digga. Er ist ja. Polizei Auto. Wir platzieren die Bombe. Passt auf eure Herzen auf. Müsste low sein, aber ich weiß nicht, ob man regeneriert. Halte diese Position. Ich weiß nicht, wo ungefähr? Sag mal die Richtung. Ah, da. Rechts? Hier? Ja. Jetzt wahrscheinlich rechts von dir, denke ich. Oh, Junge. Der stirbt durch Clay. Oh, ich hoffe. Oh, wir haben vorgelegt. Weiter so in der... Junge. Es... Es leidet. Es leidet. Es leidet, dass du aber direkt geblockt wirst. Ey, das kann doch nicht. Geiß an Dennis. Du tust mir leid. Ich bin gerade reingelaufen in der Stadt, der da ist. Ja, der ist. Der stand in der Ecke. Ich hab's gesehen. Meiner. Diese Waffe ist so scheiße. Warum? Ich muss den Nate nachschmeißen sofort. Er hat eine Pumpe. Das tut mir echt leid, dass ich diesen scheiß Revolver die ganze Zeit benutzen musste. Er rettet ja die Revolver immer. Er hat geplantet, Jungs. Ich hab den plantet, aber da war noch einer hinten. Oh, Mitte. Ich hab den. Ich hab den. Ich hab den. Okay, hab ihn. Ist er on ping? On ping? Oh mein Gott. Nein. Ich hab das grad bombardiert. Alter, die Stelle. Guck mal, guck guck guck. Oh, habt ihr seinen Body gesehen? Ich hab einen flippen gespielt, den Sniper. Das mit den Sniper zu hitten, Alter, Respekt. Links Marvin, links. Why this is not hit? Blende, ich blende. Cover mich Marvin, cover mich. Boah. Wo bist du denn? Ach da. Mach ich, mach ich. Kann ich blenden? Wo kann ich nicht blenden? Ich seh keinen mehr. Du bist im Haus wahrscheinlich Marvin, unter dir. Da ja, in dem Haus drin. Und in dem Haus drin. Keine Waffen, ich brauche ne richtige Waffe. Hä? Was hast du für ne Waffe gehabt, Gara? Ja, die kommen da nicht raus. Ja, normal. Ist ja auch ein Helikopterschütze drin. Boah, Junge. Komm doch raus, hä? Jawoll. Hä? Alter, das ist riesig. Ja, ich hab gesehen, wie es geflogen ist. Komm doch aus, Хör. Mach dochrad App waar zurück. Piddy bitte bitte z conversations schnell wie guckang das Ams bis ab. Wagst iPhone,l наблюд riert. Das nicht amallah aussieht. Schön, werd ruhig.